In unserem heutigen Video geht es um 13 Serienmörder aus Europa. Neben Italien, Frankreich und den Niederlanden geht es auch um Mörder, die in Deutschland getötet haben. Die einzelnen Fälle sind dieses Mal wieder ziemlich unterschiedlich und teilweise echt sehr grausam. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal für euren Support bedanken. Danke, dass ihr unsere Videos immer anschaut, denen ein Like gebt und dass ihr unseren Kanal abonniert habt. So langsam aber sicher steuern wir auf die 20.000 Abonnenten zu. Wenn man bedenkt, dass wir heute vor einem Jahr ungefähr 20 Abonnenten hatten, könnt ihr euch vorstellen, dass 20.000 eine riesengroße Zahl für uns ist. Und auch eure Kommentare, die wir uns alle immer durchlesen, sind echt immer cool. Das alles motiviert uns, noch viel mehr Gas zu geben und immer neue Videos für euch zu machen. So, genug geschleimt jetzt. Gebt dem Video gerne ein Like und abonniert für mehr ähnliche Videos. Pierre Baudot hat seit seinem 20. Lebensjahr mehr Tage in Anstalten und hinter Schloss und Riegel verbracht als in Freiheit. Der gebürtige Franzose begeht in den 70ern Raubüberfälle, Diebstähle und andere Verbrechen. Ehrliche Arbeit hat ihm nie geschmeckt. Sobald er wieder aus dem Gefängnis entlassen wird, macht er genau wie zuvor weiter. Anfang 1990 gelingt ihm aus der Psychiatrie die Flucht, nachdem er dort eingewiesen worden ist, da er für unzurechnungsfähig erklärt wurde. Bei seiner Flucht schießt er auf Polizisten, nimmt zwei Frauen als Geiseln und missbraucht sie sexuell. Dafür wird er nach seiner Verhaftung zu 30 Jahren Haft verurteilt. Jahrelang benimmt er sich dann auch im Gefängnis wie die Axt im Wald. Doch von heute auf morgen wird Pierre plötzlich brav wie ein frommes Lamm. Im Nachhinein betrachtet war das nur Taktik. 2004 wird der einschlägig Vorbestrafte vorzeitig aus der Haft entlassen. Anschließend ist Pierre grausamer als je zuvor. Innerhalb weniger Tage entführt, missbraucht und tötet er drei Frauen im nordöstlichen Teil Frankreichs nahe der deutschen Grenze. Die zwei Mädchen und die 30-jährige Frau sind allesamt erstochen und zerstückelt aufgefunden worden. Am Ende sind es DNA-Spuren, die Pierre zweifelsohne mit den Morden in Verbindung bringen. Nur Wochen nach der letzten Tötung kann er verhaftet und wegen Mordes angeklagt werden. Gutachter gehen davon aus, dass er die Taten begangen hat, da er im Gefängnis sexuelle Brieffreundschaften mit anderen Gefangenen geführt hat, die nach seiner Haftentlassung plötzlich weggefallen sind. Als eine Art Ersatzbefriedigung hat er dann die drei Mädchen und die Frau missbraucht und getötet. Pierre Baudon wird 2007 zu einer sogenannten echten lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Eine Strafe, die in Frankreich nur sehr selten verhängt worden ist. Unter anderem auch an den einschlägig bekannten Serienmörder Michel Fournieret rund ein Jahr später. Der heute Mitte 70-Jährige befindet sich noch immer in einem französischen Gefängnis und wird das auch vermutlich nie wieder verlassen. Dann hätte er nur rund 30% seines Lebens in Freiheit verbracht. Der gebürtige Slowake Andrei Rigo wächst zusammen mit seinen Geschwistern in einem Waisenhaus auf, nachdem sein Vater im Gefängnis landet und seine Mutter bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt. Rigo sagt später, dass der Tod seiner Mutter der erste und letzte Tag seines Lebens war, an dem er geweint hat. Als Erwachsener dient er beim Militär, heiratet und wird Vater einer Tochter. In Bratislava arbeitet Rigo als Feuerwehrmann und später in einem Hotel. Dennoch begeht er immer wieder Einbrüche, um seine finanzielle Lage zu verbessern. Dafür verbüßt er kleinere Haftstrafen. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Ende des Kommunismus in der Tschechoslowakei setzt er seine kriminelle Karriere in anderen europäischen Städten fort, unter anderem in Wien und München. Ab 1990 kommt dann die ganz kranke Seite in dem relativ kleinen Mann zutage, der zur Ethnizität der Roma gehört. Rigo bricht in Wohnung alleinstehender Frauen in München ein und geht dabei wie folgt vor. Er verschafft sich nachts Zugang zur Wohnung und schlägt den ahnungslosen Darm mit einem harten Gegenstand auf den Kopf. So lange, bis sie tot sind. Anschließend bedeckt er den Oberkörper des Opfers und missbraucht die Leiche. Die Tatwaffe lässt er immer zurück, so wie zwei, drei Zigarettenstümmel. Dann klaut er kleinere Wertgegenstände wie Ringe und Ketten und flieht. Nachdem er zwei Morde in Deutschland und einen in den Niederlanden begangen hat, kehrt Rigo zurück nach Bratislava, wo er getreu seinem Modus Operandi genauso weitermacht. Seine Opfer sind immer weiblich, alleinstehend und jeden Alters. Das besonders Grausame an der Sache, abends geht er ins Zimmer seiner Tochter und schenkt ihr, wie ein angeblich liebevoller Vater, die Gegenstände, die er zuvor von den Frauen gestohlen hat, die er wie eine Bestie getötet und missbraucht hat. 1992 wird Rigo dann verhaftet. Den Ermittlern ist es gelungen, länderübergreifend zusammenzuarbeiten. Alle Taten konnten insbesondere aufgrund von DNA-Spuren ein und demselben Täter zugeordnet werden. Die Zigaretten, das Sperma, die Aussage eines überlebenden Opfers und sein immer gleiches Vorgehen machen die 5500 Seiten umfassende Anklage wasserdicht wie die Biggetalsperre. Weder bekennt er sich vor Gericht zu einem der Morde, noch zeigt er während des gesamten Prozesses den Hauch einer Emotion. Laut Gutachtern ist Rigo ein Psychopath, der keine Gefühle empfinden kann und schon gar nicht Reue oder Empathie. Es ist zwar für uns halbwegs normale Menschen kaum vorstellbar, aber derartige Serienmörder fühlen sich in keinster Weise schuldig. Egal, ob sie 2, 5 oder wie in diesem Fall 9 Morde begangen haben. Da die Chance auf eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft gleich 0 beträgt, verbringt der zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilte Andrei Rigo den Rest seines Lebens in slowakischen Gefängnissen. Dort ist er letztes Jahr mit Ende 60 verstorben. Der nächste Killer trägt denselben Nachnamen wie der hochrangige Mafia-Capo Tommy Galliano, der in den 30ern zu den führenden Köpfen der Cosa Nostra gehört hat. Bartolomeo Galliano hat neben dem Nachnamen auch den eiskalten Blick mit dem Mobster gemeinsam. Bartolomeo hat bereits 1981 in Savona eine Anfang 30-jährige Prostituierte getötet, indem er ihr mit einem Stein den Schädel eingeschlagen hat. Für die Tat wird er lediglich zu 8 Jahren verurteilt, die er in einer psychiatrischen Anstalt absitzen muss. Doch aus der bricht er Ende der 80er gemeinsam mit einem anderen Insassen aus. Nur Wochen danach erschießen die beiden am Valentinstag und kurz danach zwei transvestitische Prostituierte. Das dritte Opfer überlebt die beinahe tödlichen Schüsse wie durch ein Wunder. Als die Valentine's Day Killer verhaftet werden, rechtfertigen sie ihre Taten mit der Begründung, die Verbreitung des HIV-Virus zu stoppen. Galliano kommt daraufhin in andere Anstalten, aus denen ihm jedoch mehrfach wieder die Flucht gelingt. Während dieser unerlaubten Aufenthalte in Freiheit begeht er Raubüberfälle und Einbrüche. Zuletzt sitzt er in einem Gefängnis in Genua, aus dem er 2013 entkommen kann, nachdem er von einem Freigang nicht zurückgekehrt ist. Die Beamten hätten von seinen Vorstrafen nichts gewusst und Galliano für sein Wesen als Musterhäftling belohnt. Ein Fehler, der er theoretisch weitere Menschenleben hätte kosten können. Auf der Flucht nimmt Galliano einen Mann als Geisel und fährt mit dem Auto des Opfers quer durch Italien. Doch nach nur drei Tagen kann der flüchtige Serienmörder dank Großfahndung in Frankreich verhaftet werden. Für diese Taten erhält er zusätzlich sechs Jahre Haft. Von da an sitzt er in einem Gefängnis in San Remo. Offenbar durch die Erkenntnis, dass er die nächsten Jahrzehnte nur noch Gitterstäbe sehen wird, nimmt Bartholomeo Galliano sich 2015 das Leben, indem er sich an einem Bettlagen erhängt. Ferdinand Gampa ist auch unter dem Pseudonym der Serienkiller von Meran bekannt. In der rund 40.000 Einwohner kleinen Stadt in Südtirol ist der Mann, der beinahe keine Augenbrauen besitzt, als Schäfer tätig. Gampa gilt als extrem scheu und zurückhaltend, hat kaum Freunde und meidet strikt soziale Kontakte. Im Februar 1996 erschießt er einen deutschen Bundesbankdirektor und dessen Geliebte. In den nächsten Wochen tötet Gampa einen Landarbeiter und einen weiteren Mann. Der damalige Bürgermeister empfiehlt zu dieser Zeit eine freiwillige Ausgangssperre. In der Kurstadt Meran herrscht damals Ausnahmezustand. Denn wer der Täter ist, der offenbar völlig wahllosen Menschen erschießt, weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Doch kurz darauf gelingt es den Ermittlern, durch ballistische Untersuchungen alle Morde einer Tatwaffe zuzuordnen. Als ein Phantombild des mutmaßlichen Täters veröffentlicht wird, gibt ein Flüchtiger bekannter Gampas den entscheidenden Tipp. Als die Polizei am 1. März anrückt, entdecken sie zunächst die Leiche von Gampas Nachbarn, den er kurz zuvor ebenfalls erschossen hat. Als Gampa die Polizisten bemerkt, eröffnet er das Feuer und tötet einen Beamten. Nach einem kurzen Schusswechsel verschanzt der inzwischen sechsfache Mörder sich in seinem Haus. Die italienische Gendarmerie rückt unterdessen mit rund 100 Mann an. Sie setzen Tränengas ein, stecken Gampas Haus in Brand und stürmen dann das Gebäude. Im Keller entdecken die Polizisten den leblosen Körper Gampas. Er hat sich mit einem Kopfschuss aus einem deutschen Jagdgewehr, womit er auch alle anderen Opfer erschossen hat, das Leben genommen. Das Motiv stellt im Nachgang lange Zeit ein Rätsel dar. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass Ferdinand Gampa aus rassistischen Motiven herausgetötet hat, denn fünf der insgesamt sechs Opfer waren Italiener. Zudem hat er an einigen Tatorten Notizen hinterlassen, die ebenfalls eine stark nationalsozialistische Anmutung hatten. Mit dem Tod Gampas kehrt wieder Ruhe in die Kurstadt ein. Die sechs Serienmorde innerhalb weniger Wochen stellen bis heute das schlimmste Verbrechen in Meran dar. Obwohl Holland als ein freundliches und sehr zivilisiertes Land gilt, haben auch die Niederländer eine ziemlich spektakuläre Kriminalgeschichte. Wilhelm van Eyck ist 1941 in einem südrolländischen Dorf geboren. Er gilt als Außenseiter und sammelt lieber tote Tierkadaver als für die Schule zu lernen. Oftmals hat er die Kleintiere zuvor auch selbst getötet. Quasi ohne Schulabschluss gerät er von der Schulbank auf die schiefe Bahn, begeht Einbrüche und Diebstähle. Zu dieser Zeit und bereits in seiner Jugend träumt er beinahe täglich davon, Frauen zu töten und zu missbrauchen. 1971 nimmt van Eyck eine erst 15 Jahre alte Anhalterin mit und erwürgt sie mit ihrem eigenen Schal. Rund drei Jahre später wird eine Frauenleiche in einem Maisfeld ganz in der Nähe seines damaligen Wohnortes entdeckt. Wie beim ersten Opfer hat van Eyck die Frau verstümmelt und sexuell missbraucht. Nachdem Nachbarn Aussagen, den Arbeitslosen van Eyck in der Mordnacht nahe des Tatorts gesehen zu haben, wird der damals Anfang 30-Jährige verhört. In den Vernehmungen gesteht er beide Morde. Er habe so lange davon geträumt, eine Frau zu töten und nun endlich die Chance genutzt. Als vor Gericht die grausamen Details der zwei Morde besprochen werden, mussten die Staatsanwälte sich übergeben. Laut Gutachtern leidet van Eyck unter schweren Kindheitstraumata, die auf Mobbing zurückzuführen sind. Für die zwei Morde erhält er dennoch lediglich 18 Jahre wegen fahrlässiger Tötung. Nachdem er in der Psychiatrie eine Frau kennenlernt und heiratet, wird er bereits 1990 auf Bewährung entlassen. Die Psychiater glaubten damals, dass van Eyck nun in einer stabilen Verfassung sei. Doch die Ehe geht schneller in die Brüche als eine Glühbirne. Für diesen Fall haben die Gutachter bereits prophezeit, dass van Eyck wieder in tödliche Muster verfallen wird. Und genau so kommt es. Kurz danach werden wieder in der Nähe von van Eyck's Wohnung die Leichen gleich mehrerer Frauen entdeckt. Alle Opfer sind brutal ermordet und verstümmelt worden, genau wie die ersten Opfer damals. Nachdem alle Indizien und Hinweise in eine Richtung gehen, klingeln die Polizisten 2001 mit einem Haftbefehl an van Eyck's Tür. Von den insgesamt acht Morden an den Frauen, die nach seiner Haftentlastung geschehen sind, gesteht er drei. In einem neuen Prozess wird er dann wegen drei Morden, die ihm nachgewiesen werden konnten, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Bei den anderen Fällen haben entweder die Beweise für eine Verurteilung nicht ausgereicht oder van Eyck konnte aufgrund von DNA-Spuren als Tatverdächtiger ausgeschlossen werden. Im Gefängnis führt er Gespräche mit einem Journalisten, der ein Buch über ihn schreiben wollte. Doch die Zusammenarbeit endet in einem heftigen Streit. Van Eyck ist skrupellos, ein reueloser Psychopath, ein Murmeltier hat mehr Gefühl als dieser Mann, sagt der Journalist, nachdem er die Memoiren van Eyck's halbfertig ad acta legen musste. Willem van Eyck stirbt 2019 mit Ende 70 im Gefängnis. Bis heute zählt er zu den grausamsten Serienmördern Hollands. Pierre Chanel dient in den 70er und 80er Jahren als Oberbefehlshaber in einem Trainingscamp in einer benachbarten Stadt von Paris. Beim Militär weist er eine tadellose Bilanz vor. Er ist nie krank und immer top motiviert. Für seinen Dienst mit der UN-Friedensgruppe im Libanon erhält er sogar eine Medaille der Vereinten Nationen. Doch der sonst so vorbildliche Soldat führt über Jahre ein Doppelleben. Während der Stationierung in dem Camp verschwinden innerhalb weniger Jahre acht Männer, die meisten davon ebenfalls Soldaten, spurlos. Einige Leichenteile der verschwundenen Männer werden in den folgenden Jahren nach und nach entdeckt. Alle haben gemeinsam, dass sie vor ihrem Tod per Anhalter unterwegs waren. Als Pierre Chanel 1988 zufällig von Polizisten in seinem VW T2 überprüft wird, sitzt ein gefesselter Mann auf seiner Rückbank. Nachdem das Opfer aussagt, dass Pierre ihn entführt und missbraucht hat, wird der sonst so tadellose Soldat verhaftet und verhört. Da auch der Mann zuvor per Anhalter gereist ist, erkennen die Ermittler Parallelen zu den acht Vermissten bzw. Mordfällen. Doch mehr als nur Indizien haben die Ermittler zu diesem Zeitpunkt nicht gegen Pierre in der Hand. Für den sexuellen Missbrauch landet er einige Jahre im Gefängnis. Bereits zu dieser Zeit und nach seiner Entlassung rollen die Ermittler die acht Fälle erneut auf. Sie nutzen neue DNA-Techniken und überprüfen sämtliche Hinweise. Schlussendlich reichen die Beweise, um Pierre wegen acht Morden anzuklagen. Laut Staatsanwaltschaft hat er die Männer von 80 bis 88 per Anhalter mitgenommen, entführt, brutal missbraucht und sie dann alle getötet. Die Leichen hat er in dem Areal nahe des Militärcamps vergraben. Doch Pierre schweigt vehement und geht in den Hungerstreik. 2003 nimmt er sich mit 56 noch während des Prozesses das Leben, in dem er sich die Beinarterie durchtrennt. Die Ermittler und die Staatsanwaltschaft sind sich sicher, dass es in allen acht Fällen zu einer Verurteilung wegen Mordes gekommen wäre. Doch dem Urteilsspruch entzieht der Angeklagte sich durch die Selbsttötung. Dimitris Vakrinos wächst als Sohn einer ärmlichen Familie in Griechenland auf. Sein Vater hat ihn meist im betrunkenen Zustand verprügelt. Dimitris macht in Athen eine Ausbildung zum Schweißer auf einer Werft. Später ist er als Taxifahrer tätig. Nachdem seine erste Ehe in die Brüche geht, zündet er aus Rache das Haus an, in dem seine Ex-Frau lebt. Doch offenbar kommt er und alle Bewohner mit einem blauen Auge davon. 1987 kommt es mit einem Bekannten zu einem Streit, nachdem der eine Waffe von Dimitris klauen wollte. Er erschießt den Mann und legt dessen Leiche an einer nahegelegenen Autobahn ab. Ganze sechs Jahre später bietet er einem weiblichen Fahrgast Geld an, wenn sie mit ihm schläft. Doch die Dame gibt dem Schmierlappen verständlicherweise einen Korb. Dimitris entführt die Frau daraufhin an eine abgelegene Stelle und zündet sie bei lebendigem Leib mittels Benzin an. Und auch in den folgenden Jahren tötet er immer aus niedrigen Beweggründen drei weitere Menschen durch Schüsse aus seiner Pistole. Immer wenn er in alltäglichen Situationen eine verbale Auseinandersetzung hat, verliert er die Kontrolle und wird zum Killer. Beispielsweise hat er einmal auf zwei heranwachsende Jungen geschossen, nachdem die sich über ein Liebespaar lustig gemacht haben. Doch wie durch ein Wunder haben die beiden Jungs überlebt. Nebenbei überfällt Dimitris auch Supermärkte und Tankstellen. Mit der Zeit gelingt es den Ermittlern, die Morde und Mordversuche miteinander in Verbindung zu bringen. Der erste Hinweis führt die Spur ins Milieu der Taxifahrer. Bei seiner Verhaftung Mitte der 90er gesteht er fünf Morde und sieben weitere Mordversuche. Bei keiner einzigen Tat gab es ein handfestes Motiv. Dimitris hat stets aus großen Komplexen heraus völlig überzogen auf Kleinigkeiten reagiert. Laut Gutachtern hatte er krankhafte Angst davor, von anderen nicht ernst genommen zu werden. Dieses Verhalten ist auf einen psychopathologischen Hintergrund zurückzuführen. Dimitris hat ein derart vermindertes Selbstwertgefühl gehabt, dass er auf Kränkung und Herausforderungen mit einem völligen Kontrollverlust reagiert hat. Zu Beginn des Prozesses legt er ein umfassendes Geständnis ab. Allerdings nimmt auch er sich 1997 vor einem Urteilsspruch mit 35 das Leben. John Ingvar Löfgren ist in Schweden als der Mädchenmörder bekannt. In den 30ern geboren, wächst Löfgren in Pflegeeinrichtungen auf, da beide Elternteile gestorben sind, als er noch ein Kind war. Als Erwachsener entwickelt er Alkoholprobleme und sitzt wegen Sexualdelikten an Frauen mehrfach in Psychiatrien ein. Gutachter beschreiben den eher zierlichen Mann schon damals als geistig leicht eingeschränkt bzw. geistig behindert. Beruflich geht Löfgren einer Tätigkeit als Gärtner nach. Was zunächst niemand weiß, bereits 1958 tötet er eine Mitte 20-jährige Frau in ihrem Haus nahe Stockholm. Der Mord gilt anschließend jahrelang als ungeklärtes Tötungsdelikt. Vier Jahre danach missbraucht und ermordet Löfgren eine Anfang 60-jährige Dame. Der grausame Name Mädchenmörder ist ihm von der Presse erst aufgrund seiner letzten zwei Taten gegeben worden. 1963 missbraucht und tötet er nämlich innerhalb weniger Wochen ein 4- und ein 6-Jahre-altes Mädchen. Eine Spielkameradin eines der Kinder kann Löfgren eindeutig als den Täter identifizieren. Ebenso führten Kleidungsstücke des Opfers in das Wohngebiet, in dem Löfgren gewohnt hat. Er hat sie nach dem Mord auf dem Nachhauseweg einfach fallen gelassen und damit quasi unbewusst eine Fährte gelegt. Erst bei seiner Verhaftung wird den Ermittlern klar, dass Löfgren vier Menschen ermordet hat. Darunter der zu diesem Zeitpunkt seit fünf Jahren ungeklärte Mord an der Mitte 20-Jährigen. John Löfgren wird wegen Mordes verurteilt und erneut in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht. Dort ist er über mehrere Jahrzehnte von der Gesellschaft ferngehalten worden. Die letzten Jahre seines Lebens konnte er jedoch offenbar aufgrund einer schweren Erkrankung in Freiheit verbringen. 2002 ist er dann mit Anfang 70 eines natürlichen Todes gestorben. Levy Belfield kommt 1968 in London zur Welt. Da sein Vater früh verstirbt, wächst er zeitweise in verschiedenen Einrichtungen auf. Nach der Schule entwickelt er sich regelrecht zu einem Casanova. Insgesamt zeugt er mit fünf verschiedenen Ehefrauen elf Kinder. Doch schon als Jugendlicher ist Levy kriminell. Er begeht Einbrüche und wird mit Anfang 20 zu einer kurzen Haftstrafe wegen eines Angriffs auf einen Polizisten verurteilt. Nach der Jahrtausendwende legt er ein äußerst komisches Verhalten an den Tag. Meistens nachts, nach seiner Tätigkeit als Türsteher, fährt er mit seinem Van durch die Straßen in der Gegend von London und spricht gezielt junge Frauen an, die gerade an der Bushaltestelle stehen. Ex-Freundinnen sagen später, dass Levy äußerst charmant und lustig gewirkt hat. Doch von jetzt auf gleich wird er böse. Er wird dann kontrollierend, gewalttätig und tödlich. Levy spricht die Frauen an und drängt sie zum Sex. Wenn ihm das jedoch nicht gelingt, erzwingt er den Geschlechtsverkehr und missbraucht seine Opfer. Getreu nach dem Motto, du wagst es, Levy Belfield abzuweisen, nichts bist du wert, ich nehme mir, was ich will. So hat es später ein Ermittler beschrieben. Ab 2003 werden innerhalb weniger Wochen ein minderjähriges Mädchen und drei Frauen ermordet aufgefunden. Levy gerät ins Visier der Ermittlungen, nachdem sein Van mehrfach von Überwachungskameras aufgenommen wurde. 2004 reichen die Beweise aus, um ihn zu verhaften und anzuklagen. In den folgenden Jahren kommt es gleich zu mehreren Prozessen. Laut Anklage hat er immer wieder Frauen und Mädchen entführt und sie missbraucht bzw. getötet, wenn er sich in seinem großen Ego gekränkt gefühlt hat. Meist hat er die Opfer mit einem stumpfen Gegenstand und roher Gewalt ermordet und sie dann einfach in der freien Natur liegen gelassen. Das Gericht verurteilt Levy Belfield wegen Mordes und versuchten Mordes gleich mehrfach zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Angaben bzw. ein Geständnis hat er in keinem der Fälle gemacht. Laut Gutachtern sieht er sich selbst wie einen Auserwählten, der über andere Menschen, insbesondere über Frauen steht und mit ihnen machen kann, was er will. Nach seiner Verurteilung galt Levy auch als Tatverdächtiger in einigen ungeklärten Frauenmorden aus den 80ern. Allerdings haben die Beweise nie ausgereicht, um ihn für eine der Taten anzuklagen. Levy Belfield ist wegen drei Morden zu zwei lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Eine Strafe, die sonst gegen keinen anderen Häftling in Großbritannien verhängt wurde. Demnach befindet der Mitte 50-Jährige sich nach wie vor in einem Gefängnis in London und dort wird er, da eine Bewährung quasi unmöglich ist, auch sterben. Peter Landin ist 1972 als Sohn einer deutschen Einwanderin in Dänemark geboren. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten zieht die Familie nach Florida, da sein Vater dort einen Zweitwohnsitz hatte. In Florida wird er als Jugendlicher straffällig, als er Diebstähle und Gewaltdelikte begeht. 1991 kommt es zu einem völlig kranken Vorfall. Nachdem Peters Mutter sich weigert, ihm die Haare zu schneiden, erdrosselt er sie und bricht ihr anschließend das Genick. Die Leiche verscharrt er zusammen mit seinem Vater an einem Strand in North Carolina. Die beiden fliehen anschließend nach Kanada, wo sie jedoch einige Monate später verhaftet und verurteilt werden. Peter bekommt 20 Jahre. Im Gefängnis gibt er ein Interview, bei dem er eine seiner Gesichtshälften schwarz und die andere weiß anmalt. Dadurch wollte er seine zwei Persönlichkeiten symbolisieren. Der Psychiater sieht in Landin einen Psychopathen, wie er im Buche steht. Die Folge? Landin erhält haufenweise Briefe von verliebten Frauen. Mit einer der Frauen, die es offenbar alle ganz besonders nötig hatten, geht er dann den Bund der Ehe ein. Nach seiner Haftentlassung zieht er zu seiner Ehefrau nach Dänemark. Doch die Zweisamkeit der beiden wird relativ schnell durch Landins anhaltende Gewalttätigkeit gestört. Da fragt man sich wirklich, was die Dame sich gedacht hat. Dass ein verurteilter Intensivgewalttäter und Mörder wie Landin mit ihr auf dem Sofa kuschelt und Sex in the City guckt oder was? Dass das eigentlich überhaupt nicht zum Lachen ist, sieht man an der unmenschlichen Tat, die Landin begangen hat, nachdem er eine alleinerziehende Mutter mit ihren zwei Söhnen kennenlernt. Im Juni kommt es zu einem Streit, in dessen Folge Landin alle drei nacheinander mit bloßen Händen tötet, indem er ihnen das Genick bricht. Die Leichen zerteilt er anschließend mit einem Winkelschleifer und einer Axt und verpackt die Körperteile in Plastiktüten. Nach und nach entsorgt er die Leichenteile wieder zusammen mit seinem Vater im Müll. Doch nachdem die drei Opfer als vermisst gemeldet werden, durchsuchen die Ermittler das Haus. Dabei werden die Tatwaffen samt Blutspuren entdeckt. Landin und sein Vater werden daraufhin verhört. Letzterer erhält lediglich eine Bewährungsstrafe. Landin hingegen wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Im Gefängnis nimmt er Tonaufnahmen auf, indem er alle vier Morde detailliert schildert. Peter Landin ist inzwischen Anfang 50 und, wer hätte es gedacht, längst wieder verheiratet. Arnfin Nesset ist 1936 bei seiner alleinerziehenden Mutter in Norwegen aufgewachsen. Seinen Vater hat er nie kennengelernt. Dennoch scheint der kargere Mann mit großer Brille sich beruflich zu verwirklichen. Er macht eine Ausbildung zum Krankenpfleger und arbeitet in verschiedenen Einrichtungen. 1977 wird Nesset sogar Direktor eines Pflegeheims. Doch bereits kurz nach Antreten seines Postens steigt die Sterblichkeitsrate exorbitant an. Nachdem immer mehr Bewohner und Patienten urplötzlich versterben, beginnt die Polizei zu ermitteln. Erst zwei Jahre später fällt eine Mitarbeiter auf, dass seitens der Einrichtung eine außergewöhnlich große Menge eines Muskelrelaxans bestellt worden ist. Die Ermittler befragen Nesset daraufhin, da er als Direktor des Heims auch die Medikamentenbestellung zu verantworten hat. Zunächst sagt er aus, er habe Hunde damit einschläfern wollen. Doch dann gesteht er, insgesamt 27 Patienten mit dem Medikament ermordet zu haben. Das wären zumindest alle, an die er sich erinnern könne. Die Dunkelziffer ist damit vermutlich um ein Vielfaches höher. Bei den Obduktionen kann das Muskelrelaxan in mehr als 20 Leichen nachgewiesen werden. Sein Motiv? Laut eigenen Angaben habe er sich selbst als Halbgott gesehen und wollte die völlige Kontrolle über Leben und Tod haben. Daher plädierte er im Prozess auf unschuldig in allen Anklagepunkten. Doch gleich vier Psychiater halten Nesset für geistig zurechnungsfähig. Er sei durchaus in der Lage, sich dem Prozess zu stellen. Der Angeklagte hingegen führt weiter an, dass er unter Schizophrenie leiden würde und das Töten bzw. die Kontrolle ein Genuss für ihn seien. Von 27 vorgeworfenen Morden können ihm 22 nachgewiesen werden. Das Urteil zeigt, dass das norwegische Justizsystem für einen solchen Fall offensichtlich nicht ausgelegt ist. Nesset erhält die Höchststrafe, 21 Jahre Haft. Mathematisch betrachtet sind das weniger als ein Jahr Gefängnis für jeden Mord. Mit dem Urteilsspruch 1983 sitzt Anne Finnesset dann seine volle Haftstrafe ab. Im Jahr 2004 wird er pünktlich, ohne jede Möglichkeit einer weiteren Inhaftierung, entlassen. Seit fast 20 Jahren lebt er heute mit der 80-Jährige unter einem neuen Namen irgendwo in Norwegen. Peter Bryan ist 1969 in London als Sohn von Einwanderereltern aus Barbados geboren. Als das jüngste von insgesamt sieben Geschwistern gilt er schon früh als ein Problemkind. Bereits mit 14 verlässt er die Schule und arbeitet zeitweise an einem Verkaufsstand. Später gibt er Kochunterricht in einer Suppenküche. Mit 18 kommt es zu einem Streit mit seinem Mitbewohner. Peter hat versucht, den Mann aus dem Fenster des sechsten Stockwerks zu werfen. Doch die Tat bleibt ungesühnt. 1993 begeht er seinen ersten Mord. Peter prügelt die Tochter eines Ladenbesitzers zu Tode. Offenbar ein Racheakt, da Peter zuvor in dem Laden gearbeitet hat und entlassen worden ist, nachdem er Kleidung gestohlen hat. Nachdem er den Mord gesteht, wird Peter in eine Psychiatrie eingewiesen, wo die Ärzte Schizophrenie bei ihm feststellen. Doch bereits nach einigen Jahren genießt Peter Lockerungen, da er, laut Meinung des Pflegepersonals, erhebliche Fortschritte in Bezug auf sein Verhalten gemacht hätte. 2004 wird er aus der Anstalt entlassen und muss lediglich alle paar Tage bei seinem Psychiater erscheinen. Doch nur Stunden nach seiner Entlassung tötet Peter erneut. Dieses Mal ein Freund. Die Leiche wird später zerstückelt in seiner Wohnung entdeckt. Zudem finden die Polizisten Gehirnmasse des Opfers in einer Pfanne auf dem Herd. Nachdem Peter wieder in eine Psychiatrie in der Nähe von London eingewiesen wird, tötet er dort, nur Wochen später, einen Mitpatienten. Später wird er aussagen, dass er das Fleisch des Opfers gegessen hätte, wenn er nicht gestoppt worden wäre. 2005 wird Peter Bryan zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Richter wirft ihm vor, dass er die zwei Morde begangen hat, da ihm das Essen von Menschenfleisch ein Gefühl von Macht geben würde. Der heute Mitte 50-Jährige sitzt noch immer in einer Psychiatrie in England und wird laut den Ärzten und Gutachtern den Rest seines Lebens weggesperrt bleiben. Die sogenannten Bestien Satans waren eine Gruppe, die ab Ende der 90er für eine grausame Serie von Ritualmorden in Italien verantwortlich sind. Einer der Haupttäter war Nicola Sapone. Die erste Tat hat sich 1998 in einem Wald nordwestlich von Mailand zugetragen. Die beiden Opfer, ein junges Liebespaar, verbringen den Abend mit ihren angeblichen Freunden. Doch nach viel Alkohol und Drogen beginnt die Sekte, die zwei plötzlich anzugreifen. Zahlenmäßig unterlegen, wird das junge Paar mit unzähligen Messerstichen und Schlägen getötet. Sapone und die anderen Mitglieder halten okkulte Rituale ab, ehe sie die Leichen vergraben und völlig zugedröhnt um das Grab tanzen. 2004 kommt es zu einer weiteren Tat. Die Ex-Freundin eines der Mitglieder droht, Angaben zu dem Doppelmord bei der Polizei zu machen. Sapone tötet die Freundin gemeinsam mit einem Sektenmitglied durch einen Schuss in den Hals und Schlägen auf den Kopf. Eine spätere Obduktion wird ergeben, dass die Frau lebendig begraben worden ist. Nach diesem dritten Mord wird eines der Mitglieder verhaftet. In den Vernehmungen verrät er alle anderen Sektenanhänger. Erst dann, ganze sechs Jahre später, werden die zwei Leichen des jungen Paares entdeckt. Im Prozess wird die Sekte mit bis zu 14 weiteren ungeklärten Fällen in Verbindung gebracht. Darunter Morde und Selbstmorde, zu denen die Opfer von der Gruppe gedrängt worden sind. Doch die Beweise reichen nie für eine Verurteilung aus. Lediglich in den drei erwähnten Morden kommt es zu einem Urteilsspruch. Die meisten Sektenmitglieder erhalten langjährige Haftstrafen. Nicola Sapone wird als Anführer zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er dürfte sich auch heute noch in einem Gefängnis in Italien befinden. Die meisten anderen Sektenmitglieder sind längst wieder auf freiem Fuß. Schreibt uns Vorschläge für neue Videos einfach hier in die Kommentare oder auf Insta. Wir sind immer erreichbar wie die 110. Gebt dem Like gerne ein Video und abonniert für mehr jährliche Videos.